Hi Leute, heute mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Animated Pro dem Autobot Spion. Ich muss allerdings sagen, Autobot Spion passt hier eher weniger. Er ist eher wie ein Scout, wie ein Ninja. Er spielt ja auch in der Serie einen Ninja, der quasi nach dem Ninja Codex geschult wurde. Diese Figur ist für meine Verhältnisse mit einer der schönsten Animated Figuren überhaupt. Allerdings hat man hier die Bewaffnung sehr schlecht ausgewählt. Ich muss sagen, eine Traffic Light Chain Weapon, naja, das hätte man sich auch sparen können. Nicht so schön. Hätte man jetzt hier noch irgendwas ausklappen können, einen Blaster oder wie auch immer, ja okay, aber nein, überhaupt nicht. Erstmal zur Seite. Die Figur selbst wird als schwarz-goldenes, sehr geiles Motorrad geliefert. Mit einer der schönsten Motorrad-Modes, die es eigentlich gibt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, selbst Transformers Prime RC sieht dagegen ein wenig alt aus. Hier ist wirklich jedes einzelne Teil perfekt ineinander, greifend und auch arbeitend. Gefällt mir sehr. Hier unten mit einem kleinen, äh, ja, sehr kleinen, aber feinen Motorradständer, der quasi direkt hier unten bündig quasi verstaut werden kann. Gefällt mir auch sehr gut. Ähm, oben hat die Figur ein blaues und ein rotes, ja, Blaulicht. Hust. Ja, ähm, vorne mit einem Autobots-Symbol, da man natürlich auch sieht, dass er jetzt den Autobots gehört. Und ansonsten natürlich, hier man sieht es noch, einen schönen, äh, silbernen Tankdeckel. Ja, die Figur hat überall natürlich rote, äh, Quatsch, rote, sag ich schon, goldene Verzierung. Ja, ich werde scheinbar auf Farbenblend. Ja, ähm, durchsichtige Lichter vorne, leider ohne große nennenswerte Farbe dahinter. Dadurch gehen die ein bisschen unter im Fahrzeugmodus. Und die Frontscheibe ist natürlich dann auch durchsichtig hinten. Die, der Tachostand etc. ist schön ausgearbeitet. Ich kann es euch leider gar nicht richtig zeigen. Doch, jetzt, ich zoome mal ein wenig heran. Und, ja, doch da. Man sieht auch, die Zeiger zeigen in alle andere Richtungen. Finde ich ziemlich cool gemacht. Ähm, wie gesagt, ziemlich geil gemacht vom Details. Äh, allerdings hätte man es auch vielleicht farblich hinterlegen können. Ja, die Figur lässt sich ziemlich leicht verwandeln. Was ich auch ziemlich cool finde. Für eine Deluxe-Figur sowieso ein absolutes Muss. Die Figur lässt sich, wie gesagt, leicht verwandeln, indem man einmal hinten die Arme trennt. Das heißt, das Blaulicht einmal in zwei Teile verteilt. So. Dann einmal die Arme nach außen dreht. So. Dann einmal hier unten den Fuß einmal löst. Der Fuß hat hier unten, ihr seht es selbst hier ein kleines Quadrat und der wird quasi hier drauf gesteckt. Dann noch eine Besonderheit. Die hat hier außen so kleine Schlitze. Das hat die Bewandtnis, dass wenn man die natürlich im Fahrzeug Fahrzeugmodus so miteinander verstaut, dass hier diese Packs quasi hier und hier quasi in den Fuß greifen und ihn festhalten. So. Allerdings, jetzt geht's mal weiter. Den Fuß runterdrehen. Was ich auch sehr schön finde, ist, der Reifen bleibt drehbar trotz Fuß und ist natürlich perfekt verstaut. Gefällt mir. So. Dann das gleiche einmal mit dem anderen Fuß. Einmal hier nach vorne drehen. So. So. Verstauen. Dann einmal hier oben das Knie einmal lösen. Dieser Haken ist hier unten befestigt in so einem kleinen Loch. So. Anschließend drehen wir einmal das ganze Teil nach unten. Verstauen einmal hier dieses Quadrat hier drinnen in dem Sitz. So. Drehen einmal das rum, dass die Füße so rum. Ne. Ne, ne. So rum war schon richtig. Genau. So. Anschließend dreht ihr hier den Brustkorb komplett runter. Klappt hier oben das auf. Holt den Kopf einmal hervor. Und dreht das komplett einmal nach unten. So. Dreht den Kopf nach vorne. Klappt das hinten wieder zu. Die Seiten ergeben wie so eine Art Rückflügel. Finde ich auch ziemlich cool. Genauso quasi wie bei Prime RC. Dann einmal hier unten die Arme durch das Zurückschieben der Unterarmpanzerung freilegen. So. Und schon ist Prawl verwandelt. Und fertig im Roboter-Modus. Was mir bei meiner Figur aufgefallen ist. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Aber ja. Es ist Tatsache. Der eine Fuß ist ein wenig kürzer als der andere. Dadurch steht die Figur nicht gerade fest. Sehr schade. Aber so ist es leider passiert. So. Die Figur selbst. Wie ich vorhin schon sagte. Der ist ziemlich cool gestaltet. Unten die Füße im Schwarz mit goldenem Rand. Die Reifen natürlich gut verstaut. Gefällt mir auch sehr gut. Zu den Reifen komme ich auch gleich nochmal. Da sind nämlich die Waffen verstaut. Die Hüften. Auch sehr schön. Was ich gut finde. Diese Farbgebung passt perfekt zu der Polizei in den USA. Das heißt. Auf dieser sogenannten Biker-Schwadron. Die Hüften sind da in einem Beige gehalten. Mit schwarzer Uniform. Passt perfekt zu dem Polizisten. Finde ich cool. Da er auch eigentlich ein Polizist ist. Und ansonsten. Wie gesagt. Goldene Verzierung außen. Ihr seht das Autobots-Symbol. Von der Frontscheibe ist einmal unten am Bauch. Finde ich auch nicht schlecht. Finde ich persönlich. Geht zwar ein bisschen unter. Aber ich fahre auf der Brust. Wäre es vielleicht doch ein bisschen interessanter gewesen. Aber ich denke mal. Dann wäre es im Fahrzeugmodus wahrscheinlich nicht mehr so schön gewesen. So. Die Hände sind auch schön gestaltet. Ihr seht es hier. Ein einzelner Daumen. Auch sehr gut gemacht. Allerdings hat das auch einen Haken. Mir ist leider hier schon einmal ein Daumen gebrochen. Ihr seht es hier. Hier musste ich ihn einmal kleben. Weil ich diese Waffe. Die sogenannten Ninja-Sterne. Ihm einfach nur in die Hand gegeben habe. Sehr schade. Aber gut. Ist leider passiert. So. Die Figur selbst hat natürlich auch so einen schönen Design-Kopf. Immer beim Kopf muss mein Fokus spinnen. So. Ihr seht jetzt einmal hier wie gesagt den Kopf an sich. Die Stirn ist sehr klein im Verhältnis zu dem Mund unten. Der Mund ist nur hier oben angedeutet. Das Kinn ist extrem lang. Blaue Augen sind quasi aufgedruckt. Oder aufgesprayt. Und einmal oben goldene Hörner mit hier oben einem, ja, wie so eine Art diamantförmigen Symbol. So. Wie gesagt die Flügel hinten finde ich sind auch cool gelungen. Sehen von der Seite her ziemlich wuchtig aus. Allerdings wie gesagt von vorne und von hinten nicht. Gefällt mir auch sehr gut. Passt zum sogenannten Ninja-Style. Weil er wie so eine Art Ninja ist und auch sehr beweglich sein muss. Man sieht es in der Serie. Er ist extrem gelenkig. Hier unten könnt ihr natürlich dann die, ähm, ja, die Lampen nach außen drehen. Wenn ihr die quasi nach vorne dreht, sind es seine Schusswaffen. Jedenfalls soll es das darstellen. Ähm, ansonsten könnt ihr die Waffen natürlich auch noch miteinander verbinden. Wenn ihr quasi die Hände so nach vorne dreht und Hälfte, Hälfte hier zusammensteckt. Äh, ja. Die Figur an sich, äh, ist komplett auf, äh, Kugelgelenke gebaut. Das heißt, egal wo, es sind alles Kugelgelenke. Hier unten in den Füßen habt ihr Kugelgelenke. In den Knien habt ihr keine. Ist auch nicht nötig. Ihr habt aber auch dafür zwei Kniegelenke. Einmal hier unten in den Rädern selbst, wegen der Transformation. Oder einmal hier oben. Das Problem ist, an den oberen, äh, Kniegelenken, ihr könnt die nur um 45 Grad anwinkeln. Deswegen müsst ihr hier unten noch einmal mit rumdrehen. Sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus, aber ja. Dann habt ihr natürlich das typische Gelenk unten in der Hüfte. Ich muss sagen, äh, für einen Roboter, finde ich, kann er die Beine ziemlich hoch wuchten. Mag aber auch an dem sogenannten Super Kick sein. Ja, Chuck Norris lässt grüßen. Ähm, dann habt ihr hier die Möglichkeit, die Ellbogen dank eines Kugelgelenks natürlich auch zu bewegen. Dann oben die Schulter, natürlich auch auf einem Kugelgelenk. Könnt ihr jeweils drehen, wie ihr wollt. Wenden, wie ihr wollt. Haha. Ähm, und der Kopf ist auch auf einem Kugelgelenk. Dementsprechend lässt er sich drehen, wenden, wie auch immer. Allerdings kann der Kopf nur zur Seite gedreht werden. Höchstens um, ja, sagen wir mal, ähm, nicht ganz 90 Grad. 60, 70 Grad. Das Problem ist nämlich, dass das Kinn zu groß ist, um über die Schulter hinüber zu kommen. Wenn ihr es zu weit macht, passiert das. Ja. Ja. Das war's soweit. Ähm, ihr habt bei dieser Figur allerdings sehr coole Posen möglich. Ihr könnt quasi einmal hier oben die Beine nochmal seitlich anwinkeln. da will ich, 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 da will ich meine Lieblingspose machen. Ich zeige es euch gleich mal. Ähm, hm, hm, hm. Zu 99% steht die Figur sogar richtig gut. Ihr seht selbst, durch die angewinkelten Füße könnt ihr ziemlich coole Positionen quasi herauskriegen. Die Waffen sind hier unten in den Rädern verstaut. Die könnt ihr hier einmal rauswinkeln. Das sind einmal die Radkappen. Und wenn ihr sie quasi nach außen dreht, ihr seht, ist ein kleines Automower Feature. Das hat mit den Zahnrädern hier hinten zu tun. Ähm, könnt ihr quasi die Waffen so einmal nach außen drehen. Die Waffen könnt ihr, wie gesagt, hier in die Hand geben. Bitte nicht zu fest. Ansonsten habt ihr das gleiche Problem, wie es bei mir der Fall war. Ihr brecht die Waffen ab. Allerdings habt ihr dadurch das Problem, dass die Waffe natürlich nicht sonderlich gut in der Hand hält. Aber wie gesagt, diese Waffe habt ihr zweimal. Hier unten wird die quasi drin verstaut in den Rädern. Ich hätte es besser gefunden, wenn es innen gewesen wäre. Dann hätte man außen diese Details nicht verloren, wenn man die Waffen rausnimmt. Wie gesagt, hier habt ihr die gleiche Waffe noch einmal. Und, ja, wie gesagt, das ist Prawl aus der Transformer Animated Line. Äh, diese Figur gab es natürlich in der Waffe 2 noch einmal neu. Mit Seitenbeiwagen und einer sogenannten Samurai-Rüstung. Ähm, aber den zeige ich euch in einem späteren Review. Bei der Verpackung habt ihr unten typisch einmal die, äh, ja, die anderen Produkte, die in der Waffe erschienen sind. Ihr habt dann einmal den Prawl in seinem Fahrzeugmodus. Um, seht ihr natürlich nochmal die Traffic Light Chain Weapon, finde ich, ähm, ja. Eine sogenannte Ampelwaffe steht hier nochmal auf Deutsch. Finde ich, ja, idiotisch. Hier mit blauem Seil, in echt natürlich mit schwarzem Seil. Dann habt ihr natürlich Prawl nochmal richtig schön dargestellt in seinem Roboter-Modus. Hier sind die, äh, Waffen komplett einmal rumgeknickt. Das heißt, die Waffe, äh, ist nicht hakenförmig, wie ich sie hier habe. So, sondern ist dann quasi einmal komplett so angewinkelt. Gefällt mir persönlich nicht. Wirkt viel kleiner dann. Ich mach sie lieber so. Gefällt mir persönlich besser. So, und ansonsten, was haben wir denn noch? Äh, natürlich wieder typisch, wie bei jeder Animated Figur, die sogenannten Galactic Powers and Abilities. Äh, 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 Master of Circuit Siu. Ja. Ähm, Anstatt Circuit Pursuit ist natürlich Circuit Siu. Das ist natürlich, äh, dem sein sogenannter Ninja-Kampfstil. Äh, dann kann er Hologramme erzeugen, um in Camouflage zu gehen, also in Tarnung. Finde ich auch ziemlich cool. Und, äh, er kann quasi alles als Waffen benutzen. Hier oben sehen wir ihn nochmal, wie er in der, ähm, Serie aussieht. Er lacht so gut wie nie. Finde ich auch sehr schade. Aber na gut. Das ist halt sein Modus. Modus. Was ich allerdings, ähm, vergessen habe zu zeigen, ha, im Fahrzeugmodus. Er hat hier vorne, äh, Lenker, die ihr komplett einklappen könnt im Roboter-Modus. Ha, ich kann es vergessen euch zu zeigen. Ihr könnt das komplett außen klappen. Siehst du, dann hat er richtig hier die Lenker. Ja, ich hab sie dauerhaft eigentlich drinne. Fragt mich nicht wieso. So, vielleicht weil ich mit anderen Fahrzeugen in der Richtung, äh, öfters mal sehr viele negative Erfahrungen gemacht habe. Dass es abgebrochen ist, wie auch immer. Wie zum Beispiel beim Wreckers. Allerdings gefällt mir die Figur sehr gut. Ich würde dieser Figur im Fahrzeugmodus sowie im Roboter-Modus volle 10 Punkte geben. Allerdings bin ich hier noch ein bisschen am überlegen, denn im Fahrzeugmodus würde ich vielleicht nur 9 Punkte geben. Wichtiger Grund ist hier einfach, dass die Figur, ähm, extreme Nachteile hat, äh, was die Gelenke angeht. Denn dadurch, dass die Figur komplett auf Ball-Joints ist, hat sie zwar eine sehr große Beweglichkeit, hat aber auch den Nachteil, dass die, ähm, ja, ihr seht es selbst. Sehr, hm, hm, sehr schnell sich abnutzen, dadurch sehr, 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 äh, locker sind und dadurch kaum mehr gerade steht. Schade, aber trotzdem eine richtig geile Figur. Ich überlege mir auch, ob ich, äh, mir die kompletten anderen Figuren vom Pro holen soll. Das heißt, auch die Repaints. Es gibt einen Repaint, das wussten relativ wenige. Ähm, diese Figur ist quasi eine Fehlproduktion gewesen als Repaint. Ähm, die ist in einem Weiß gehalten. Sehr selten, sehr teuer. Aber ich denke mal, dass ich wahrscheinlich trotzdem auf die Suche mich begeben werde und diese Figur holen werde. Denn, ja, als Weiß, äh, als Weißfigur hat diese Version auch was. Und, ja, wie gesagt, äh, vom Stehen her durch die Kugelenke hat die Figur sehr viele Nachteile. Das heißt, ihr kriegt so sehr schwer zum Stehen. Aber ansonsten, wie gesagt, eine sehr schöne Figur. Eine sehr kratzile Figur. Sehr viele Details. Für mich persönlich eine supergeile Figur. Ich kann sie jedem empfehlen. Ja, wenn ihr noch Fragen haben solltet oder auch Kritiken, Hinweise, wie auch immer, her damit. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht noch einige Kritiken, Kommentare, etc., etc., äh, vielleicht in die Kommentarbox unten einfügt. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch und wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Rexford.